Steckt eure Schwerzer wieder ein. Vergesst eure Zauberformeln, legt Pfeil und Bogen beiseite. Eine viel wichtigere Angelegenheit steht nun bevor. Bloodboy! Stimmt, so heißt das Taktik-Spiel, in dem ich mit Fantasy-Völkern Football spiele. Hier ringen meine mächtigen Orks gegen die schwächlichen Menschleien. Vor dem Anpfiff lege ich die Aufstellung fest, ist folgender Anstoß und ein ausgewürfeltes Zufallsereignis. Uah, der Ball war sehr hoch, der Gegner kann ihn locker fangen und ist jetzt auch erstmal dran. Der Spielmodus Klassisch verläuft nämlich wie die Tabletop-Vorlage rundenweise die Teams ziehen abwechselnd. Dabei muss ich Laufwege blockieren und den Gegner von dem Tackling mit mehreren Spielern einkreisen. Dann erscheinen in diesem Fenster nämlich umso mehr Würfelchen, aus denen ich das Ergebnis der Attacke wählen darf. Hier fällt der Verteidiger um. Wenn mein Angreifer zu Boden geht, ist sofort wieder der Gegner dran. Turnover heißt das. Uah, da ist auch nur eine fiese Verletzung passiert, mein Ork muss erstmal aussetzen. Außerdem darf ich pro Runde mit nur einem Spieler sowohl ziehen als auch angreifen. Ich muss mir also gut überlegen, wen ich wann wohin bewege. Und was ist beim Football nochmal das Ziel? Richtig, Touchdowns. Also schubs ich meinem Ballträger den Weg durch die gegnerische Hälfte frei. So, jetzt noch ein Pass, dessen Genauigkeit ebenfalls ausgewürfelt wird. Uah, sieht schlecht aus. Deshalb setze ich einen meiner zahlenmäßig begrenzten Wiederholungswürfe ein. Und diesmal klappt's. So kann mein Ork schließlich zur Grundlinie durchrennen und BÄM, Touchdowns. Jedes Volk spielt sich übrigens anders. Hier trete ich mit den flinken Waldelfen an, die kein Problem haben, den hiebenden Echsenmenschen-Saurier auszuweichen. Außerdem passen die Spitzohren geschickt. Dabei ist auch immer der Glücksfaktor wichtig. Wenn ich Würfelpech habe, kann alles schief gehen. Im Umkehrschluss darf ich mich aber nicht nur aufs Glück verlassen. Der Schlüssel zum Touchdown ist die richtige Taktik. Und die hängt natürlich vom jeweiligen Volk ab. Die Zwerge etwa sind sowas wie die Panzer von Blood Bowl. Langsam aber kaum kaputt zu kriegen. Hier treten sie gegen die Scarvenratten an. Zum Vergleich, dieselbe Partie im Echtzeitmodus. Wow, was ist das? Die Ratten schnappen sich einen Ball, Schläger rein, in der Mitte der fette Rattenunger mischt sich einen Zwerg, geht zur Boden im Mittelkreis, stammelt sich die Bewusstlosen, noch ein Zwergerboden. Ja, in Echtzeit spielt sich Blood Bowl natürlich actionreicher und hektischer. Um trotzdem die Kontrolle zu behalten, gebe ich meinen Zwergen Verhaltensmuster vor. Grün bedeutet neutral, rotes Dreieck aggressiv, blaues Dreieck defensiv. Mein Blocker versucht hier gerade den Ball aufzusammeln. Jetzt hebt das Ding endlich auf! Na also, Pause, ich muss neue Anweisungen geben. Und zwar sollen meine Zwerge die Ratten in Schlägereien verwickeln, um sie vom Ballträger fernzuhalten. Ich könnte auch versuchen, das Leder zu passen, das ist mit Zwergen keine gute Idee. Mein Plan geht tatsächlich auf. Der Blocker stürmt, ungehindert geht in Grundlinie und Touchdown! Taktik spielt also auch im Echtzeitmodus eine Rolle, trotzdem ist er einfacher als die rundenbasierte Variante. Denn die Computergegner spielen zwar insgesamt gut, verteidigen aber teils zu unaufmerksam. Hier wetzt meine Ratte einfach durch, weil die Abwärtswerge zugucken. Und diese Chaos-Tiermenschen überlegen ewig, ob sie den Ball aufheben sollen. Sei es drum, dafür spielt sich nicht nur jedes Volk anders, auch manche Sportler haben eigene Talente. Zum Beispiel kann ein Troll der Goblins kleinere Mitspieler werfen, was nicht immer gut geht. Die meisten Fähigkeiten sind aber passiv. Der Todesroller der Zwerge etwa ist einfach besonders gut im Verletzen. Vor dem Match kann ich zusätzliche Spieler anheuern, darunter auch Stars wie diesen Pickelhaubentroll. Danach kaufe ich Spezialgefähigkeiten, zum Beispiel Bestechungsgeschenke für Schiedsrichter. Mit den alternativen Blitzregeln gibt's hier deutlich mehr Optionen. Zum Beispiel kann ich meine Spieler mit Zaubertränken dopen. Und mit diesem Minispiel trainiere ich einen Sportler, um ihn für diese Partie zu stärken. Außerdem werbe ich Cheerleader an, zum Beispiel Elfenblumenmädchen oder die munteren Humpenschwinger der Zwerge. Nur wenn diese Jubelbrigade das Publikum anstachelt, darf ich Zauber auslösen. Mit Chaos-Magie verleite ich hier einen Gegner dazu, seinen Kumpel zu kloppen. All das gibt's auch im Karrieremodus. Hier erstelle ich eine eigene Mannschaft, deren Spieler Erfahrung sammeln. Bei Stufenaufstiegen bringe ich ihnen neue Fertigkeiten bei. Dieser brutale Zwerg etwa fault fordern, ja, halt noch brutaler. Geld verdiene ich durch gewonnene Turniere, die ich auf dieser Übersichtskarte wähle. Allerdings fehlt dabei auf Dauer die Abwechslung, die bei Chinen verlaufen immer ähnlich. Und auch Kommentare wie Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter als vorher würde nicht aussehen. Wiederholen sich AX schnell. Die mangelnde Vielfalt ist tatsächlich das größte Problem von Blood Bowl. Nach zwei bis drei Wochen hat man einfach alles gesehen, sowohl im Solo- als auch im Multiplayer-Modus. Trotzdem für eine Partie zwischendurch eignet sich's einfach ideal, wenn ich mal wieder mit meinen Zwergen ein paar Elfen vertrimmen will. Deshalb werde ich's von nun an alle paar Wochen mal wieder aus meiner Spielekiste graben. Denn Spaß macht's schon!